Und dann waren wir ausgebildet. Aus, fertig, vorbei. Und dann gingen wir in den Job und sagten, das muss reichen für die nächsten 40 Jahre. Nein. Und das bringt mich zu folgender These. Das Thema Lernen, und zwar Just-in-Time-Learning, muss auch auf Unternehmensebene, auf persönlicher Ebene sowieso, komplett neu überdacht werden. Denn auf einmal können wir etwas, was vorher, noch vor zehn Jahren, undenkbar war. Nämlich, dass wir in dem Moment, wo wir eine Frage haben, in dem Moment, wo jemand etwas sendet, in dem Moment, wo wir sagen, das weiß ich nicht, in der Sekunde die Antwort finden. Und das ist komplett anders, als wir erzogen worden sind, wo wir Ausbildungen gemacht haben, wo wir in einer gewissen Zeit etwas gelernt haben, was wir in unseren Kopf stopfen mussten. Wir wussten nie, wann und ob wir das, was wir dort auswendig gelernt haben, jemals wieder brauchen würden. Und vieles davon war einfach Ballastwissen.